so nur erstmal hier weitermachen genau eventuell investiere ich ja sogar mal in spotify dann hatte ich das problem mit meiner musik hier nämlich auch erledigt mit dem schlaut leise laut leise so genau ich wollte gucken nach falsche seite beton ich glaube das ist ein auto hier ist viel zu sortiert aber das wo du vorhin meintest das ist mein auto wo ist mein auto da steht einer irgendwo da hinten wir müssen ich wollte gucken hier so da irgendwer ist da ziemlich horny wenn wir in der musik also so geht das dann kann man ja doch nach unten bauen probiere ich jetzt ich bin noch auf 6 ok ich will das jetzt hinkriegen eins nach unten bauen geht sobald du noch was weitermachen möchtest musst du schwierigkeiten alle auch männlich hinkommen ich habe doch gesagt 6 doch so geht's haha wir können uns zukünftig nach unten bauen aber jetzt gerade will ich der 5 hallo der trollt mich doch gerade oder danke also das hier wird der busstraße so wir haben jetzt 22 6 du spielst sowieso immer bis 2 3 wenn der nächsten da arbeiten muss können wir heute auch ein bisschen überziehen weil das will ich schon gerne noch fertig kriegen hier muss morgen arbeiten ja du hast spätschicht oder war so klar also hier haben wir jetzt schon mal der busstrecke also hier haben wir jetzt schon mal der busstrecke so hier genau da wollte ich eigentlich dahinten nach meinem auto gucken ne weil wo steht denn der dann ach da hinten steht einer noch was glaubst du eigentlich meinst du mittlerweile unser öl ist voll ja schon ich glaub auch ne ey da sieht sich nach meinem chaos aus ich hab mein auto gefunden ich find halt echt doof dass das farblich das wäre das einzige wo ich hergehen würde und farblich markieren würde ja für alles andere will ich äh hoff ist der in ne möchte ich ganz gerne schilder haben weil mit der farbscheiße könnt ihr die taugen nur für autos und die gehen nicht jawohl ja ja alter ich kann ja doch lauter machen oder nächstes lied hoppala da ist ja was im weg genau dann können wir hier den bus durchziehen das ist hier natürlich dann doof müssen wir das dann noch ja 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 mein sitz nicht ganz ha jetzt fehlt noch einsteck ha da kommt noch so dann machen wir da wenn wir gesagt der ist richtig der hier hier was habe ich nicht abgebaut ohne oder glaub du hast den konstruktor von der krisis nein guckst du Ach, das ist der Container. Und? Das war mal ein Container. So, nun gehen wir noch auf W. Ja, dann! Passt das hier natürlich nicht. So war der so. Das hier ist ein MK3. Ey, dann können die wenigstens mal wieder was tun hier. Also genau, und da oben müssen wir mal wieder verbinden. Die Dinger hier wollte ich abreißen. Und den da. So. Jetzt pass auf, jetzt geht es nicht mehr. Ah doch, da kommen wir sogar hoch. Gut, dann haben wir den da auch mal schön. Naja, gut, schön ist relativ, aber... So. Ja, Problem ist aber hier, das ist jetzt doof. Weil... Ja gut, das kriegen wir schon hin. So, dann bauen wir jetzt erstmal das Ding da fertig. Hier kommt er raus, da brauchen wir... So. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Und so. Ah, das war's schon. Okay. Hier kommen wir rin, ne? Hier gehen wir dann hoch. Lass mich hoch da. Und raus... Und raus... Nein, dein. Und so. 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 Muscht ihr denn morgen schönes machen? Kein Blastschimmer. Warte mal. Wenn wir da jetzt hergehen und wir machen hier Doppelwände rein, dann müsste das doch wieder passen, oder? Noch beschissener. Ähm... Dann machen wir mal so. So. Die brauchen wir nicht mehr. Kümmerst du dich mal um die Anlieferung? So. Dann kümmerst du dich mal um die Anlieferung. Dann brauche ich mal irgendwo da hoch. Und lass mich doch da hoch, Mensch. Also die brauchen... 30... 60... 240. Die Minute brauchen wir hier drüben. Das ist eigentlich schon fast die komplette Kapazität da drüben. Oder wie viel haben wir da drüben jetzt? Äh... Drüben sind wir bei äh... 54. Okay, wir brauchen auf jeden Fall die Hälfte. Die Frage ist, wie wolltest du rauskommen bei der Stahl... Bei der Eisproduktion? Ähm... Ich würde sagen oben aufsplitten. Na gut, eigentlich reicht das Ding ja sowieso nur für das Teil. Das heißt, wir brauchen gar nicht nur Splitten oben zusammenführen. Und dann hier rüber. Also Wende habe ich erstmal nicht weitergemacht, weil wir waren die Platten wichtig, aber wir haben fast keine mehr. Ja, ja, alles gut. So, wenn ich jetzt hier hergehe... Äh, wieso kriege ich von denen da keine Hitbox? Kann ich da oben drüber bauen? Kannst du mal den Ding abreißen hier und äh... Oder warte mal... Ähm... Ich müsste doch hier... Wo, wo sind wir denn da? Ja, genau. Und dann hier runter. So, dann kann man hier... Rausgehen und man kann auch reinlaufen. Ähm... So, neun... Alter, ich habe schon wieder keinen Beton, oder was? Jetzt wird es dann aber hier. Habe ich denn noch alles nicht? Oh, die brauchen ja Platten auch, ne? Hoho! So, die da. Dass da entsorgen wir. So, den hole ich stein. Boah, mich nervt es halt mega ohne Ende, dass dein scheiß Truck immer läuft. So, diesen Bug könnten sie ganz ehrlich auch mal rausnehmen. Die extra nach Vorsorge, die Handbremse dann. Ja, wenn du die Handbremse anziehst, musst du danach, bevor du losfahren kannst, die Handbremse, die Leertaste nochmal drücken, ne? Naja, aber mit der Handbremse ziehen, macht ja meistens dann, wenn ich aussteige, kein Geräusch mehr. Ja, ja, klar, ich sag ja. Aber das ist halt, mein liegt ja nicht an dir, ne? Das ist halt ein Bug. Ja, ja. Habe ich bei anderen auch schon gesehen. Das ist ein Problem, dass ich dann vorher noch Leertaste drücken. Ja. Ja, wobei, wenn wir hier... Ich gehe jetzt so mach. Ich würde aber sagen, wir gehen hier, hier rein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann brauchen wir... So halt. Hier brauchen wir dann das da. Na, wenn wir jetzt hier rüberkommen... Welche Masten willst du nach hinten rauskommen? Am besten auf eins erstmal? Naja, also unten die ersten zwei, also du solltest den dritten anfangen hier durch. Dass du unten durch noch durchkommen kannst. Genau. Also vor allem mit den Fahrzeugen. Ja, dann guckst du halt. Ansonsten brauchst du eine Höhe, oder wie? Ich hab mir aus deiner Höhe orientiert. Weil hier hab ich ja noch die Variable. Ich kann ja noch aussuchen. Ja, ich würd dann einfach oben einhältfädeln und dann drunter gehen, oder? Ja, das ist klar. Wenn ich unten auf der 3 dann rauskomme sozusagen. Genau. Muss sein können, dass jetzt noch irgendwo schon wichtig in der Planung gewesen wäre, dass wir sagen, okay, man kommt auf der... Sag jetzt mal. Was, die snappen da? Ja. Ich würd gar nicht mit dem Aufzug hier runter gehen. Das habe ich noch nicht so groß, dass die auch da ist. Das finde ich gut. Die 2 will uns nicht verarschen. Ich hab auch nur 21. 11. 2. 1. 2. 3. 5. 5. 7. marsch hier also wir müssen dahin Leute, ich kann hier da drinnen durch die Wand snappen ja jetzt ist er bitte laut hier kriege ich ihn dann aber nicht runter oder das geht sogar mit welchem Band kommst du rüber, MK3, ne ich komme mit MK3 rüber, ja ok, das hier hier rüben muss man dann noch upgraden ich hole mal kurz Nachschub mach das wenn Dotson ohne den Aufzug nichts herumkommen wäre gut, wenn es hier großartig geht, wenn du so lange brauchst, dass du runter kommst, dann bauen auf zu werden nein, das ist Schwachsinn, weil der Band ist zu steil, wenn ich vorne reinkommen bevor ich da nochmal Haufen Poles verschiebe und sonstiges auf und zurück fertig ja gut, wir haben echt mehr Baustellen also ich dachte denkt da werden wir noch eine ganze Weile brauchen das auf jeden Fall das Problem ist ja meistens auch, wenn du irgendwo eine Baustelle fertig machst, öffnet sich sofort zwei weitere Bullshit, ich muss gar nicht hoch hey, aber der Band ist mittlerweile das Lager befüllt hey, wir haben schon über 300 Motoren im Lager, wow oh, mein Freund der Brummenbär da, äh alter ja, wir sollten da vielleicht mal, irgendwas stimmt hier aber nicht wir haben keine Steelbeam mehr ja, das war aber abzuschauen, dass ich das irgendwo mal leer frisst, dass der Puffer was machen wir denn da hinten, wir machen da hinten ja nur ja, wir machen da sehr viel ich schalte da mal welche aus, ja ja ich hab mal vierte ausgeschalten nachdem sich bereits der dritte Container füllt ja, wir haben kein Steelbeam mehr hast du dich da vorher erzählt, als du das Band gelegt hast wieso du bist eins zu tief drin wie eins zu tief ja mit der Zulieferung Eisenbarren zu klappen so, ich brauch jetzt erstmal Steelbeam mehr ich komm gleich jo ich klau denen jetzt das ganze Steelbeam ich klau denen jetzt das ganze Steelbeam Manufaktur auch schon rausgenommen? ich hab nur, ich hab jetzt da hinten vier Manufaktur ausgemacht ich klau nur zwei ich klau von den Manufakturen die ganzen Steelbeams aus der denkt, da wird nichts drin sein, oder? naja, stimmt oh, 90 doch naja da hinten sind nur vier drin vorne sind welche drin Nämlich jetzt die mal und die mal ah, mein Steelbeam ja, das ist das Problem an unserer Schmelzerei aktuell wir sorgen einfach die Viererbänder ja, aber wir hätten nicht genügend reinkriegen so, das muss jetzt erstmal reichen ich komm gefliegt aber noch irgendein Denkfehler ja, Moment, ich komm gleich 1, 2, 3 ach, da komm ich ja nicht ich komm wo jetzt zu Hause so, hier rum an ich, 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 ich nein ich, 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 ich bleib ich nicht da wo meinst du jetzt also ja du musst da hinten das geht nicht anders du musst hier den letzten musst du in deinem ich muss jetzt erstmal wo sind wir denn hier genau ich muss jetzt hier muss ich ach das ist noch ein mk3 das hier war dann keines mehr so saft haben die wo sie tuten nein nicht dahin ich weiß dass ich da auch so 1 2 3 4 5 dahin dahin muss ich denn dahin noch ein weiter so dann dann nein 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 und nein sabac kurz nächstlich schlaf gut danke fürs reinschauen bis morgen wieder hoffe ich doch darf sich nicht zuviel ärgern so dann dann